Der Flapsatz von Italien im Süden. Dort hat das Filmteam vom Code-Mitbo-Studio für Sie Aufnahmen gemacht, um Ihnen zu zeigen, was es alles braucht, bis Sie die saftig-süssen Regina-Trauben bequem und erntefrisch aus Ihrem Kobladen heimnehmen können. In diesen sonnigen Rebgärten im tiefsten Süden von Italien werden die Trauben dann gepflegt und, wenn es so weit ist, sorgfältig abgelesen. Die Trauben für die Trauben. Man sieht es, für diese Leute ist das mehr als einfache Arbeit. Die gute Ernte, das ist die Belohnung für grosse Anstrengungen. Auch das Verlesen und das Verpacken ist sorgfältige Handarbeit. Coop stellt strenge Qualitätsvorschriften. Jede Traube wird genau angeschaut, bevor sie verpackt wird. Und zwar verkaufsgerecht. Gerade so, wie die Trauben in Ihrem Kobladen für Sie parat sind. Erntefrisch und gut geschützt. Sie haben gesehen, nur die besten Trauben gehen für Sie auf die Reise zur Coop in die Schweiz. Kühlt auf die natürlichste und sicherste Art. Mit Eis aus frischem Quellwasser, das aus 250 Meter Tiefen hochgeholt wird. Die Eisblöcke garantieren, dass die Trauben nach dem Bahntransport daufrisch bei Coop ankommen. Über 5 Tonnen frischem Eis hat es in so einem Wagen. Und dann geht es los im Schnellzugstempo Richtung Schweiz. Und schon sind Sie parat in Ihrem Kobladen. Regina Trauben aus dem tiefsten Süden von Italien. Voll Sonne, Vitamin und Traubenzucker. Ja, und gerade der Traubenzucker hat ja eine stärkende Wirkung. Und darum sind Trauben für den Organismus ganz besonders wertvoll. Und dieses Wochenende gibt es bei Coop Regina Trauben zu einem speziellen Hit-Aktionspreis. Da heisst jetzt erst recht zugreifen. So, das wäre es. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Guten Abend miteinander. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop drei Luxe-Seifen für nur 2,40. Ein Fenial Duschcreme für nur 3,45. Und ein Deo-Spray irischen Frühling für nur 3,10. 30 Darwin-Tulpen-Zwiebeln für nur 3,90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 2 x 500 Gramm Napoli-Spaghetti statt 2,50 nur 1,70. Und ein Kilogramm Regina Trauben für nur 1,40. Und als aktueller Preisschlager. Zwei Paar Herrensocken Uni für nur 3,50 oder mit Chagarmuster nur 4,90. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Zwei Paar Herrensocken Uni für nur 3,90. Vielen Dank.